ja hi und willkommen mein name ist andy roy p und ich merke dass ich zurück zu letzten drei ja donald hat wieder aufgeschrien hier und gesagt hey ist ein glücksemblem natürlich wieder fünf minuten gebraucht wie ich gefunden habe aber ich habe es gefunden also gut dann habe ich ja ich habe mich man vielleicht denken kann ein bisschen umgeschaut hier damit ich jetzt ein paar sachen hier schon mal gesammelt habe ich meine hier gibt es so viele sachen da muss ich halt ein paar sachen finden und ja da wollte ich in diesem party auch schon mal machen dort haben wir jetzt ein glücks im leben und ob es glaubt oder nicht ich habe sogar eins noch eins gefunden und ja außerdem habe ich gesehen hier unter wasser man kann unter wasser und vielleicht sollte ich mich hier ein bisschen umschauen jetzt bestimmt auch einige sachen dahin ist irgendwie ein gebiet mit ganz vielen quallen und das irgendwie so mein verdacht hier ein bisschen geweckt hier muss doch irgendwas sein herzlose sind wir übrigens auch gewesen wenn ich noch keinen angefasst ab wegen erfahrungen und so ne ich nehme an wenn es hier so weiß wird dann können wir hier nirgends wo ich vergesse mal mit l2 und der zweibens von oben und unten ok ich hätte jetzt gedacht hier wäre auch irgendwo eine truhe oder so aber anscheinend nicht oder weiter nein 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 ist natürlich keine truhe erkundung wird nicht ich bin da habe ich auch noch im leben gefunden wo ich habe gedacht dieses einsame boot hier da muss ich darüber geben und da war sogar irgendwas und daher gibt es noch sehr viel heißt das erste weit keine ahnung wort dritte ist das hat gut wieder gesehen hat im letzten fahrer war wie können wir jetzt mit dingen hochballern vor dem letzten part erklärt aber er kennt mich ja kann ich auch hier die am steuer gehen so da kann man hat gesammelte kram okay habe ich kann gar nicht hochleveln im moment da mein ja alles archipel da ist unser ziel da gibt es so viele so viele inseln die war suchen können also da ist einfach nur gestört diese schifte da ist nix aber ja riesige welt ich dachte jetzt mal echt im ganzen party irgendwie noch spendieren um irgendwie alles zu finden ich glaube nicht dass alles auf screen hier suchen werde ich doch schon aufnehmen sein schon mal diese welt so riesig ist okay wir sind gar nicht okay ich dachte wir können jetzt hier wortwertig alles ans ansteuern da kann ich jetzt einfach hier irgendwo da hoch aber ich komme ja nirgends wo hoch da mache ich eigentlich das und da nicht so kann ich so aber schon irgendwie kriegt doch hat bestimmt hin und da hoch zu kommen da sieht voll so aus als könnte man da irgendwie hoch landen das spart man hier irgendwie da hoch ja jetzt bin ich gerendert aus also er sein könnte ich muss diese ganzen dinger die man hier findet auf der karte untersuchen wir haben nichts dagegen vor der kanon 4 weiter kann man auch hoch ach da von kriemauer dinger ok er bräuchte mich schon mal da muss jetzt irgendwie zu angekommen da könnt ihr euch heute nicht einfach platzieren und dann nix hinpacken nicht weiter wenn es auch möglich ob weit wenn auf mehr da müssen wir hin da will ich aber noch nicht wir werden schon dann noch ein bisschen mehr kunden weil es das denn auf der karte cool ja also übersetzung ein bisschen hoch da muss jetzt sein kommen einsame insel aus herz oder wird sogar angezeigt nächste stufe und also das heißt ich könnte später allein sammeln können ich will mindestens auch schon ihren schatz oder im leben finden naja so leute ja voll geklaut die offen der mausen lang noch mal gesehen ich soll mal mein schlüssel schweiz mit wieder mal wechseln dill wissen dill hilf scharf mir ist nix verarschen mein gott war bestimmt was aber ich aus natürlich wieder nicht gesehen so was war ich will mal herkommen geben wir ja das da ist auch da wo wir vorhin waren also für ihn voll zwei parts einer demo was weiß ich muss hier lässt irgendwie so und hier habe ich keine karte ich will mal meinen schlüsselschwert hier hochleveln und das sage ich hoffe jetzt ertragen wo wir gerne ein foto das wasserfalls im portal sehen wir super ein bisschen zu spät man so was level mein ja hoch einer manns ich glaube wir können oder ding sie hochleveln ja gut unsere og klinge wieder hoch der wird unsere original klinge ich habe auch schon lange nicht mehr gesehen ich weiß nicht gedacht hat das wäre irgendwie ein optionaler post oder so hast du jetzt zum ersten mal gesehen ab und jetzt gibt es in die fresse also irgendwie der combo abschluss angriff irgendwie irgendwie so zusammengesetzt ist ja noch irgendwas alter und wenn du die dinge wer hat sie da aus dass wer da gut schatz drin oder so also kaputt war treuer truhe in der box gesehen kiste ich war jetzt kasten sagen warum auf dem war erstmal kaputt so wäre das jetzt nur die truhe truhe karte selber als kette bei deiner reihe von staatsverwissung immer mal nach hoffe ich sind wir gar nicht mehr so auf wir suchen nach kraft das weg und gleich machen okay ich glaube wir wollen das schiff ein bisschen hoch leveln also unser letzte seeschlacht hat wehgetan will ich doch lieber ein bisschen vorbereitet her sein okay jemanden wir laufen ja so im kreis naja ist eine kohle meine ich da mast rumirös allermann die schätze lohnt sich ja in solch nur so ein glücksemblem und mit reinpacken können ich sehe ich tue sonne und schlitz zeigen wie auf gegner werfen da ist in der anderen richtung ist auch was schönes hoffentlich man kann jetzt mal so schlüsselschwert hier hochleveln ich glaube ich kann königsanlänger schon wieder hochleveln da ist auch mal krass heute mal neu hier herbst trompete hat ich nehme an dass ein pilz bleiben gehen naja gehört ja auch noch zum gebiet ich kann da hochlaufen hier wollte schon sagen unter wasser alles was ja noch so ein gebiet gehört meter wohl irgendwie ja wichtig sein möchte ich meine darum ist immer nichts mehr zurück zum schiff matrosen hat da mein fitzer im weg wieder war ich habe es heute echt ja ich hoffe wir haben ja alles gefunden muss mein schiff jemand wo ist mein schiff ja was sind du dein schiff gepackt man so erst mal noch mal am and so was noch das ding ist ja magisch mäßig richtig ok also vielleicht hat gott soll zum schiff soll zum schiff so zum schiff sagte die karte gerade untersuchen ich glaube ja unser schiff wurde noch nicht hochlevelt da ist irgendwas erstmal eingehen ja tempos irgendwie auch da gut man weiß im griff ich bin captain so ich weiß was ich mache ok alter vielleicht trifft das ding nicht ich bin weil ich kann es gar nicht offen wo da ich will gar nicht in die richtung man sind da noch hat sich irgendwie wichtig auskommen dass dahingehen ich habe eine letzte boss kam es auch irgendwie so ein schiffsschlacht oder nehme ich jetzt mal einfach an ich glaube nicht mehr alter wenn wir halten die folge aus die vielleicht auch nicht und dann sagen wir irgendwie falsch oder so aber ich kann gar nicht aussteigen wenn ich schiffe in der nähe sind keine schiffe ok meinte insel ja ich hoffe wirklich hier ist nichts irgendwie unter wasser versteckte der folge irgendwie overkill er will sich da dass ich hier irgendwie was suchen muss unter wasser was haben wir gewonnen radikat ja ich nehme an einige piraten sammeln auf schatzkarten na kein schatz kann dann einfach nur langweiligen informationen drauf man nehmen kann so also dass du bestimmt irgendwann unter wasser das hat ein speicher punkt naja ist nichts unter wasser kommt irgendwas bitte aber wenn absoluter albtraum ja alles zu finden ja ich glaube nicht dass ich das bis zur nächsten welt irgendwie alles schon gefunden haben wir hey ich bestimmt irgendwann später nachreichen wieder alarmant wesens lohnt sich das hier alles wo das noch mit ruhe noch mehr alarmant ja ja damit immer ja damit nicht richtig gut wir sind unsere schlüsselschwerter hier hochleveln nachdem man macht daheim da ist schon auch noch was ja da kann man glaube ich hoch beide gegner sind bestimmt voll mies versteckt wird schon in anderen welten hier schwer versteckt einige sachen ich kann nicht verbrauchen ich war gerade gut zu einsetzen naja für diese blitztypen gesehen war halt keine idee ja noch nicht gesehen ob naja natürlich die musik aus klimmatz 1 sehr schön dabei zaubern aus der tacke war auch gut ja ich habe keine mp stimmt ich versuche hier warum kann ich kein blitz einsetzen alter das ging viel aus und in die fasse hier bin ich aus dass mich ein ding treffen aber ich nehme an ich tue es schnell ich wollte ja auch ja ok ich habe eine truhe ich will ja nicht nur erfahrungspunkte kriegen leute wird schon ein paar schätze und so finden oder glücksembleme nehmen wir übrigens immer nur noch zwei haben von weil sie nicht 20 15 irgendwie hallo kaum rede ich davon elektron okay noch mehr kommt sich hat eine hand alter jetzt mal allemand drin ist ne freundlich krabbenmaler krabben drin der wies muscheln oder was ja in einigen sind kramm drin glaube ich ja wo kommen jetzt alle wesen es lohnt sich hier erzeugt zu erkunden und daraus ja ich muss ja nicht mehr so viel suchen ich ja fertig bin mit der welt 10 fehlen noch und ja hier sieht's gut aus muss man auch suchen auf screen aber da sieht jetzt nicht so schlimm aus da geht's wieder weg wo können wir jetzt zu taten hallo kofi okay weiter ja okay ich kann in den hochlaufen da kann man wissen schon sehen wobei schon waren rechts von uns noch was wir waren noch mal gerade man egal ist es wert was alter dafür sollten wir weg ich komme nicht mehr leben weg alter darauf euch dahin zu porten wo ich hingehen okay und jetzt sagt mir nicht der war ich jetzt nicht gespeichert haben und nähe das ist nicht wahr aber normaler kampf war ne wo wir sich verarschen wir kommen wer rechnet damit soweit gott der dumm ich jetzt beim letzten mal als gespeichert habe da reinpacken da macht er jetzt oder so eine sekunde jetzt ja alles wieder weg da waren speichern war richtig gespeichert mein gott gut ich sag ich mag das jetzt mal kurz alles auf screen noch mal dann sehen wir uns gleich wieder da habe ich einen neuen ort gefunden was da erstmal hingehen weiß gar nicht mehr wo die anderen beiden inseln waren wenn ich ehrlich bin also ja weil ich auf screen irgendwie nach und glaube ich jedenfalls hier ist was und da ist ein glücksemblem ja ich muss da von der antwort machen ja wenn gerade echt ließ gelauern leute treibt es ja nicht auf die spitze habe ich weiß nicht beim level noch und so weil wir rechneten damit dann auf einmal irgendwie so auf einmal so ein voll über port see schlacht auf uns wartet und ich habe versucht zweck zu rennen also ja sonst nicht auf speichern trägt mich jetzt sogar auf mein ding ist auch gestartet worden leider also kein guter tag für den dany global was ist da oben warum gehen wir da hoch man hat gedacht irgendwie runter zu springen oder so irgendwo muss auch noch die karte sein man hört hier aber so richtig bock danach zu suchen jetzt auch nicht mehr also ich glaube wir haben wesens und level behalten also ja dafür müssen wir jetzt nicht noch mal wir haben noch die erfahrungspunkte und so das ist doch auch was oder das war die truhe um gerade wenn man da drinnen kann ich rein und ich hatte so viele sachen mit denen ich meinen schlüssel im schwertern ja hochleveln kann ja alles weg ich finde die dinge auch gar nicht wieder ein recht gesagt also das kann immer genau wo das war so wesens werden die dinge wo ich war irgendwie markiert ich hoffe da war einer der inseln wo ich war ja aber jetzt habe ich temposchub merkt ich glaube mit level abbekommen vorhin hat noch nicht das hat eine inseln ist schon wieder eine neue insel ok also ja die anderen beiden inseln die ich gerade gefunden habe die werde ich auf screen nochmal nachholen und wir werden dann einfach hier weiter machen das wäre nichts mehr gerade nicht passiert die frage es ist hier irgendwas ja da schon wieder ein paar anermast und also weit nämlich wir haben eine schüssel schwarze hoch werden kann ja 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 brenner beschäftigt mit kramm einsammeln was meinst du wuch wie und er bleibt genau noch irgendwie der einzige grund warum man hier die ganzen besuchen wie krabbeln meisten speicherpunkt sehen da könnt ihr mal mit rechnen will ich sofort speichern hier natürlich nicht irgendwo eine truhe sonst geht solger arbeiter sagen mit der welt thema fertig werden aber soll ich denn auch bitte schön wissen dann auf einmal so nahm maler von schiffen kommt die mich ja vollkommen zerstört ich weiß donald hat gesagt ja hier sieht es ein bisschen stürmisch aus aber er ist nicht gedacht hat nämlich so auseinander fetzen und ich habe versucht ja weg zu rennen aber sie sind immer vor mir aufgetaucht ja jetzt auch nicht so viel gebracht aber gut bei denen gesehen das mogel shop und jetzt noch mein ganzes damast und zweiter da kann ich irgendwie direkt normal auf die schießen dann würde irgendwie mehr schaden machen aber der eine ist aber sehr viel stärker vielleicht vielleicht auch mal öfter machen ab werden so schaden ab werden ja vielleicht so die idee ich frage ich noch mal hier 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 entern okay das schätze alter habe die gewohnt hatte dass er den gesehen wo mich ärgert hat folgt kein angriff von mir irgendwie die zum zucken bringt warum endlich das jetzt hier in erfahrung oder was okay ja auch irgendwas naja für kriegen okay item seiten sehen ja auch als schätze man hat ein donald ich möchte mal da zum shop gehen als bestimmten speichern jetzt gerade verzweifelt halt da sind doch die dinge abobacht waren da waren wir doch da habe ich sagen schneidet hier mal sagt alles auf dieser einen insel wieder ein wahrscheinlich erfahrungspunkte ausstellen da müssen sie über level und ja sie morgens gleich wieder neue insel man kann nicht absteigen weil er war bis hat es hat erfahrungspunkte wieder anbitte und dann gehen wir mal da rein aber irgendwo eine höhe habe ich gesehen da will ich rein vielleicht ist ja was schönes mal hier war kaputt und ich kann noch erfahrungspunkte für schiff zu bekommen auch wenn ich 0 ap lol ep ausgestattet schon mal gut ich habe aber keine schätze zu sein schade ich glaube auch besser wenn unsere unser schiff ein bisschen hoch gelevelt ist mit wenn ich gefahr laufen wieder kaputt zu gehen der tag am meer es war eine falle ich habe in dem hat wir nicht mehr viel passieren so story mäßig wenn wir viel nur aber kunden sind dann noch hat kein finale ok wenn man auch versuchen nach nach dieser donat insel aber ich finde es irgendwie nicht ein bisschen doof ist so alles was wir gefunden haben wurde zum glück schon notiert aber gut ich mache mich noch auf die suche wenn eine neue insel ja weil ich die ganze insel ja finde ich will eigentlich nur die donat insel wieder finden gibt es einfach nicht warum ist eigentlich natürlich im kampf nur so wenig ich nur zurücklegen kann noch so mit der luftgrätsche tschuldigung mal wie weit ich ja nur diese helft davon habe ich gar nicht getroffen ich komme jetzt ja nicht wegen kram ich komme wegen schätze und so also heute ja doch fertig werden in dem part ja da kommt man wie weit ich nur da kommt man wie weit ich jetzt außerhalb des kampfes düse wo ich da an da kann man da irgendwo hochgehen oder eingehen weil nämlich sehr gut ich kann nicht zwischen den ganzen fässern hier gesehen aber das war als band folgerei aber ich war hier wieder letztens hier gespeichert irgendwo aber trotzdem ich glaube ja aus hier naja okay ich habe doch da wer hat naja so weit war es alles hier weiter geht's ich finde diese blöde insel nicht wieder ein wo ich hier schon überall war muss doch irgendwo in der nähe sein ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020